Das Vierteilen. Du wirst hier fixiert auf einem Brett, auf einer Terrasse. Die Pferde werden hier an deinen Gliedmaßen befestigt. Zwei jeweils an den Armen und zwei an den Beinen. Und so wirst du gevierteilt, denn die Pferde werden dir die Arme und Beine rausreißen. Und zum Schluss bist du des Todes geweiht. War das ein Mann, wurde er vorher noch entmannt. War es eine Frau, wurde ihr vorher noch die Brüste abgeschnitten. Manchmal wurdest du sogar noch mal wiederbelebt, damit du noch länger diese Martha ertragen musst.